So, ich will einmal selbst die Tür aufmachen. Hoffentlich nimmt das das auch auf. Ist das nicht geil? So, ja, rückwärts, rückwärts reinziehen. So, hast du die Tür? So jetzt, ja, Juhu, Moment. So, wir sind schon ein eingespieltes Team. Doch, doch, geht schon. Geht. So, Tür zu. So, der hat gesagt, ich kann die Karte einfach hier auf dem Tisch liegen lassen. Die sammeln das ein, ich brauche dann nicht extra runter an die Rezeption wegen dieser, wegen dieser blöden Karte da. Gut, dann würde ich sagen, warte ich hier so lange, bis sie den, ach nee, ich setze mich gleich ins Auto. Wegen dem Rollstuhl, wegen dem Rollstuhl. Ich brauche noch mal eine Uhr. So, GoPro Aufnahme stop.